Musik The Hems Jems Die ersten acht Schritte Den rechten Fuß zur Seite Die linke Fußspitze gekreuzt vor dem rechten Die linke Fußspitze wieder zurück Und den linken Fuß gekreuzt vor dem rechten absetzen Diese vier Schritte noch einmal Den rechten Fuß zur Seite Die linke Fußspitze über den linken Fuß kreuzen Zurück und noch einmal über den linken Fuß kreuzen Und nun die Spitze aufsetzen Diese acht Schritte noch einmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Die nächsten acht Schritte ist ein Chassis mit einem Rockback Zuerst nach links und dann nach rechts Linken zur Seite, rechts Rand, linken zur Seite Rockback mit rechts Rechten Fuß nach hinten, Gewicht wechseln und wieder zurück Jetzt folgt ein Chassis nach rechts Rechten Fuß zur Seite, linken Rand, rechten Fuß zur Seite Ein Rockback mit links Linken Fuß nach hinten, Gewicht wechseln und wieder zurück Diese acht Schritte noch einmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Und alles von vorn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Diese 16 Schritte machen wir ins Spiegelverkehr Den linken Fuß links absetzen Rechte Fußspitze gekreuzt vor dem linken wieder zurück Und den rechten Fuß gekreuzt vor dem linken absetzen Den linken Fuß zur Seite Rechte Fußspitze gekreuzt vor dem linken wieder zurück über den linken Fuß kreuzen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Und ein Chassis mit einem Rockback zuerst nach rechts und dann nach links Den Chassis rechts zur Seite, links ran, rechts zur Seite Rockback Den linken Fuß nach hinten, Gewicht wechseln, wieder zurück Jetzt ein Chassis mit einem Rockback nach links Linken Fuß zur Seite, rechts ran, linken Fuß zur Seite Und ein Rockback mit rechts Den rechten Fuß nach hinten, Gewicht wechseln Und wieder zurück Und das noch einmal alles von vorn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Die nächsten 8 Schritte Wir setzen die rechte Fußspitze vorn auf, Ferse runter Kreuzen den linken Fuß über den rechten, nur die Spitze, Ferse runter Jetzt folgt ein Chassis mit einem Rockback nach rechts Den rechten Fuß zur Seite, links ran, rechten Fuß zur Seite Und ein Rockback mit links Linken Fuß nach hinten, Gewicht wechseln und zurück Diese 8 Schritte machen wir jetzt wieder Spiegelverkehr Linke Fußspitze, Ferse absetzen Die rechte Fußspitze gekreuzt vor den linken, absetzen Und ein Chassis mit einem Rockback nach links Den linken Fuß zur Seite, rechts ran, linken Fuß zur Seite Ein Rockback mit rechts, den rechten Fuß nach hinten, Gewicht wechseln und zurück Und diese Schritte noch einmal 1, 2, 3, 4, 5 und 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5 und 6, 7, 8 Und alles von vorn 1, 2, 3, 4, 5 und 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5 und 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5 und 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5 und 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5 und 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5 und 6, 7, 8 Die nächsten 8 Schritte Ein Grätwein mit einer Viertelrechtsdrehung Den rechten Fuß zur Seite Den linken kreuzen wir dahinter Jetzt machen wir eine Vierteldrehung nach rechts Setzen den rechten Fuß nach vorn Und mit dem linken Fuß machen wir ein Scaff Jetzt machen wir wieder eine Viertelrechtsdrehung Und ein Chasse nach links Die Vierteldrehung nach rechts Den linken absetzen Den rechten ran Den linken zur Seite Und ein Rock weg mit rechts Den rechten Fuß nach hinten Das Gewicht wechseln und wieder zurück Und diese 8 Schritte machen wir jetzt Spiegelverkehr Den rechten zur Seite Den linken dahinter Eine Viertelrechtsdrehung Den rechten Fuß nach vorn Mit dem linken Fuß machen wir ein Scaff Eine Viertelrechtsdrehung wieder Und ein Chassis zur Seite Den linken absetzen Den rechten ran Den linken zur Seite Und ein Rock weg mit rechts Den rechten Fuß nach hinten Gewicht wechseln Und wieder zurück Und diese 16 Count noch einmal 1, 2, 3, 4, 5 und 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5 und 6, 7, 8 Und alles von vorn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1 und 2, 3, 4, 5 und 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5 und 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5 und 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5 und 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5 und 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5 und 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5 und 6, 7, 8 Und jetzt beginnt der Tanz wieder von vorn 1, 2, 4, 5 und 6, 8 1, 2, 3, 4, 5 und 7, 8 2, 3, 4, 6, 9, 9, 9, 10 1, 2, 3, 3, 4, 5 und 8 1, 2, 3, 4, 5 und 7, 9, 9, 10 Untertitelung des ZDF, 2020